hallo meine lieben wir sind heute am klausensee und wir nehmen euch heute mit mit den fahrrädern weil wir uns gedacht haben heute ist das wetter so schön also ab auf die fahrräder und mal schauen was dieser stausee der klausensee so schön zu bieten hat würde ich sagen also let's go so 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 jetzt sind wir hier direkt am see ich weiß nicht sieht man es im hintergrund direkt am see und es ist wunderschön es ist super warm es ist die sonne scheint es ist echt super schön so ihr hattet ein paar schöne aufnahmen und wir gehen jetzt zurück und fahren jetzt mit den raddorf da wieder zurück richtung Richtung sprint so 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 was war das für ein toller ausflug heute also diesen Klausenssee kann ich echt nur empfehlen oder du auch ja da kann man echt wunderbar spazieren gehen man kann super mit dem Fahrrad fahren. Also es ist echt für alle die Naturliebhaber sind top top top. Genau. Danke fürs zusehen und morgen gibt es wieder ein schönes Video. Lasst euch überraschen wir haben schon was echt tolles geplant würde ich sagen. Ja. Richtig. Also in dem Sinn. Tschau. Danke fürs zusehen und abonnieren nicht vergessen. Und gerne auch kommentieren. Also Tschau. Tschüss.